So Leute, also wir spielen uns heute mal ein bisschen Supersmash. Ja, immer noch ein LAN-Potty hier ist es. Vollbild, Entschuldigung. So, chill mal kurz, ich brauche Vollbild. Oh, einfach nur damit. Es gibt noch nicht alle. Wir sollten eigentlich alle den gleichen nehmen. Gibt es Zufall? Ja, Zufall gibt es ja. Oder einfach geit oder so. Warte, wir machen. Stalk, drei Stalks. Stalk Schaffee. Leben. Oh ja, drei Tipps. Machen wir fünf Leben. Handicap off. Ja, okay, machen wir drei Runden, okay? Nur, wir haben ja schon 300% Runden. Ne, wieso? Achso, wir machen uns super satt. Ja, das heißt, wir machen uns so. Wir instanzieren uns. Nein, lass einfach eins. Lass eins. Ich verstehe. Ich spiele einfach. Wo, 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 wo machen wir was? Also, wir spielen jetzt hier vor. Boah, ich spring es einfach. Versuch es einfach auf. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß auch nicht, der jetzt... Ja, wie machen wir? Wer jetzt erst dreimal gewonnen hat, oder? Ja, ja, also... Dreimal als letztes Spiel. Mach Runden, mach Runden. Ja, jetzt will ich. Ja, oder wie machen wir es? Features. Machen wir einfach mal gewonnen. Das ist geil. Das ist geil. Boah, ich springe mal. Halbiges Bruchsturm. Einfach. Ich bin echt der Rote. Hat er schon auf einem Grater gespielt, oder? Ja? Ich hab das schon lange auf den... Ich hab das schon auf den... Oh Gott, ich bin zu mir gekriegt. Ne, doch nicht. Ach, das ist irgendwie ein bisschen... Der ist super zappel, ja. Der ist super zappel, ja. Ja, nein, also... Wer fünf... Nein, wer dreimal gewinnt, ist fünf Leben. Können wir was nehmen? Boah, du willst mir jetzt echt nicht... Du willst mir jetzt nicht verzählen, Leon, dass du es überleben hast. Oh Gott. Ich kann dir gar nichts nehmen, ehrlich gesagt. Wirklich. Wie kann ich die wechseln? Alter, was ist das? Woh? Ja, öff. Ja, schön, egal. Ich weiß, welche... Was ist nochmal diese... Schild? Diese Wirbel? Hoch B. Ach, B ja. Oh Gott. Ich muss stecken. Ich bin Stein, die erkennt mich. Ach, du bist Körben. Wer ist denn der schwule Yoshi? Ja, Yoshi. Oh nein. Oh, der darf das nicht da oben sein, oder was? Was? Wo kann die Bombe her? Ich bin schon reingeflohn, hast du sie nicht gesehen. Ja, aber ich bin explodiert, irgendwie. Ich bin explodiert, irgendwie. Ich bin explodiert, der Händler. Ich bin explodiert, der Händler. Das ist Yoshi. Das ist Yoshi. Das ist die Nachschule. Opa, Auß, 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 Auß. Wie ist der Pater? Wir machen nur das Buch. Wie ist der Pater? Wie ist der Pater? Ich will gucken, ey. Du fährst das Deck. Jetzt wollt ihr, aber wie soll ich gucken? Oh, ey. Ich kann so weit fliegen. Oh, alle eingehen. Wie freut ich da eingehen? Du bist bei Spielern wieder. Aber es ist ja zu zweit. Wie schnell! Das ist aber ja mies, einschleifen die über die Idee. André, bleib mal. André, bleib mal. Warte, ich nehm aber auch einen anderen Charakter. Was musst du drücken? Gibt's nicht zu? Ja, du hast Zufall gibt's aber auch. Ach, Start? Ja, ich auch. Warte mal, irgendwo muss es auch Zufall geben, weil ich weiß. Superstar. Special. Also ich bin Teams, kannst du das spielen. Oh ne. Ich spiel sowieso, ich bleib schon bei Link. Wohin? Nee, ich spiel jetzt mal jemand anderes. Ich hab... Mann, ich kann nicht zuverlassen. Ich weiß nicht. Ich spiel mal zu. Okay. Hast du ja die Sterne da unten? Wie viele Kills zugeben? Ich hab die Frage getan. Also... Was spiel ich jetzt? Sieben Kills die Runde! Danke! Punch! Oh, das ist so heftig. Voll hart. Aber du musst halt treffen. Wiener Riespisch. Wiener Riespisch. Wiener Riespisch. Wiener Riespisch. Wiener Riespisch. Wiener Riespisch. Du wiener Riespisch. Dann, 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 dann. Ja. Du hast den hinten fertig gelegt. Der Link hat das ja nochmal mit Schlag. Welchen Schlag? Dass ich der Prozent ... mλα... Alter, haben sie halt genau die gleichen tanken! Wie neben zweiten. Ja. Wie immer bei Bra-, äh... Bra prise. Wann? Der hat Spaß, der haut noch zum Boden. Ah, nee, der kann so einen Schmerzstreich nach oben machen. Ja, also sicher. Nein, ohne zu springen. Ja. Doch, ich hasse den hier. Aber bin ich eigentlich gesprungen. Boah, das würde ich stürmen. Ja, ich kann nicht mehr mit dir. Oh, nein! Nein, ihr habt nur zwei Leben, ey. Was soll ich denn da rauskommen? Ist doch schwul, die werden ein Leben. Ey, ich baller auf euch 10.000 Jahre. Aber mit mir alles schlagen, ich habe keine Luft. Ja, ich wollte es. Koch, kleiner Mies. Boah, die Animation ist voll. Boah! Alter, warum springt ihr nicht? Wuuuh! Bist du weg? Bleiben tot. Ich weiß nicht, wie hier war man. Ich erforscht hab ich getroffen. Weil ich Skill-Up bin. Du glaubst, einfach nur blöde Wurmwund. Ich bin voll der Skill-Up. Donkey Kong ist einfach irgendwo Power-Beitrein. Und ich weiß. Hey, bin ich gerade gestorben? Ich bin voll der Skill-Up. Ja, jetzt. Der Streifel. Oh Gott. Was macht ihr? Oh, was ist das? Was ist das? Ist das eine Ultifel? Fick dich! Fick dich! Du Loot! Was war das für eine Scheiße? Boah! Das ist so Scheiße. Wie viele Spiel-Up-Fall kommt? Ein, gell? Eins, eins. Und eins. Eins! Na ja, ich bin nochmal DK, der ist voll auf dem Grund. Ey, lass das doch. Random. Ja, wie hab ich doch. Bleib halt einfach so oder was? Ja, sobald schon was anderes ab. Ja. Ich hasse bloß die Map. Alter! Ja. Okay, hab ich erst mal wieder geschlägt. Das ist nix für mich. Ah, da geh ich klein mal baden. Ich fühle mich so schnell. Ich muss schon ganz so blühen. Oh, wenn ich selbst immer das Ding in Luft gibt, dann fliegt einer raus. Bin ich? Bin ich? Alter. Ja, hör mal auf. Du bist als mies. Du musst grad bitte DK. Ja, ich mach ja meine Moves. Das ist mies. Ich muss in der Arsch sein. Oh, Hammer. Ich bin schon wieder tot. Rett vom Hammer! Wuff! Einmal in den Himmel und nie wieder. Ich leb doch. Ich bin schon wieder tot. Das ist halt voll der Dreck. Ja. Fuck, Alter. Er fliegt so schnell runter. Alter, kannst du wie den Boden klopfen. Ja. Bist du mich gerinkt, Alter? Scheiße, ich bin schon wieder tot, Alter. Ich bräuchte einen anderen gerinkt, Alter. Der fliegt zu schnell runter. Boah, DK ist voll over power, Alter. Sag ich nicht, Alter. Ich muss mich grad spielen trotzdem. Hättet ihr ja selber gespielt? Ja, das ist echt voll cool. Pfff. Ich werde mich ja immer noch zweifeln. Ich werde mich verarschen. Warte, fertig. Nein! What the fuck? Naja. Das ist ja peinlich. Los, alleine, unvermutter. Ich hab' da was gespielt. Oh, schön gegauft. Ich sag mal ein bisschen mehr mit Ausweich nachher. Nein! 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 Das gibt's doch nicht. Willst du meist Leute strafen, ja? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ja, zwei. Zwei Siege. Zwei Siege. Ich weiß nicht, wie man es auch alleine geragter neben stellen ist. Warte mal. Wir müssen ja mal gesagt drei. Fünf. 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 Das ist zu viel. Drei. Ne, fünf. Doch, drei. Nein, der Andi hat's ja nicht gewonnen. Ja. Fünf. Fünf. Ich bin auch für drei. Abstimmt. Drei. Andi könnte jetzt sowieso nicht rein. Ja, das ist zwei, zwei. Also. Okay, Andi ist wieder sein Scheiß-Turber. Nee, also jetzt schon. Jetzt Andi! Weißt du, das kann ich eigentlich nicht bringen. Jetzt bin ich wegen dich gestorben. Ja, wenn du beim, wenn du ins Gesicht... Oh, wer ist Pussy Samus hier? Nein, er hat schon. Alter, ich ramme dir auf meine Gerinde. Fresse, alles. Endlich gelettet. Wuhiii. 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 MIAAU. Braam, Junge! Jetzt wurde ich wieder mit meiner geilen Animation auch so eine tolle Idee gesehen. Oh, Alter, das ist ja. Wer hat Entei? Wo bin ich? 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 Blöder. ich bin da oben sagen wir so wie bin ich gestorben jungen da lasst mich doch Martin ist so ein Bombi. Ich sitze ja auch an, sie zählen mir vom Scheißpitz, äh vom Scheißpitz, wenn wir gehören. Oh, ich bin gestorben. Komm an, ich lege was. Nein, lasche mich. Ich hab gar nichts getan. Er hat so einen fucking Kruisebauer. BAM, Jogi! BAM! BAM! Nein! Komm und kicken! Feuer vor! Gewey! Plyer! Plyer! Oh, jetzt gibt mir diesen Flaschenkampf. Die treffen sich ja nicht mehr.